Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ich möchte euch hier den Adidas Alisero F50 vorstellen. Wer gerne etwas schneller unterwegs ist oder sein möchte, findet mit ihm den richtigen Laufschuh. Der F50 ist ein Leichtgewicht unter den Neutralschuhen und damit prädestiniert für zügigere Einheiten oder auch fürs Techniktraining. Mit der optimierten Passform und dem leichten AirMesh Obermaterial sitzt der Schuh angenehm direkt am Fuß, ohne aber einzuengen. Der F50 verfügt mit dem Full 4Foot Adiprene Plus über eine Dämpfung, die ein sehr aktives Abdrücken fördert. Dies unterstützt einen sauberen Laufstil und ein dynamisches Laufgefühl. Trotz des leichten Gewichts sorgt die Mittelfußunterstützung für ausreichend Stabilität und Bewegungskontrolle. Das Formotion-Element, die entkoppelte Ferse, unterstützt die natürliche Abrollbewegung. Der Adidas Alisero F50 eignet sich besonders für leichte bis mittelschwere Läufer mit neutraler Abrollbewegung oder Läufer, die eher über die Außenseite des Fußes abrollen. Erhältlich ist der Schuh in allen Runners Point Filialen oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017